Trixie Giese und Sammy Neo sind offiziell Mann und Frau. Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin macht erst Anfang Februar ihre Verlobung publik. Schon rund einen Monat später gibt sich das Paar das Ja-Wort. Auf Social Media teilt die Influencerin jetzt eine ganze Reihe von Hochzeitsfotos. Und dazu verkündet sie total stolz, Offiziell Mr. und Mrs. Neo, es gibt nicht viel, das ich sagen kann. Ich bin glücklich, mein Leben mit dir zu teilen. Mein Herz gehört dir und wird auch immer dir gehören. Und auch der glückliche Bräutigam meldet sich inzwischen im Netz zu Wort. Er scherzt, Ich glaube, ich bin jetzt verheiratet. Leider hat mich Trixie dieses Mal kein Kleid tragen lassen. Aber es steht ihr besser, also ist das in Ordnung für mich. Na, und bei diesen Postings ist klar, Trixie und Sammy könnten nach ihrer Trauung wohl kaum glücklicher sein.